ein herzliches moin moin herzlich willkommen zurück bei der neuen runde minecraft exit hallo und dem werten herrn spanier schönen guten tag buenos dias was liegt hier alles in der smeltery iron ore wer hat das da reingepackt ich hab das da gerade reingepackt weil ich das gefunden habe und so dachte hey ich bräuchte mal mehr davon gut jetzt geht es daran meinen cleaver zu verbessern stimmt der hast ja einen cleaver gebaut ich habe mir den cleaver gebaut das muss jetzt erstmal gerade nicht verwirrt sein doch was wurde dafür benötigt ähm was ist das adding modifiers einen diamanten und einen goldrock ach adding ja mhm ich dachte grad du redest von einem adding von wegen den stift adding ja alles gut alles gut proti sehr verwirrt jaja mir geht es gut mir ging es nie besser soo weil ich will erstmal wieder drei modifiers haben und ich glaube ich werde mir gleich auch so ein ding machen weil ich war farmen letztens in der höhle und habe jetzt sehr viel manuelin da habe ich schon alles eingeschmolzen modifiers aber habe mir daraus noch nichts gemacht jetzt habe ich noch drei offene modifiers ja sind aber noch zwei englisch manuelin ach der ist ja nix ich habe jetzt gerade 16 blöcke hat noch einer von euch ein netherstar übrig so ganz zufällig ne leider nicht weil ich könnte schnell einen wetherkill das machst du so mal eben jup nice von dir wir brauchen nochmal nether quartz ich weiß ja wie es geht melderie ich komme nether quartz mhm blaze power was wollst du dazu wissen nichts ich guck grad was ich auf ein schwert schmeißen kann auf deinen schmerz schweißen ja ja auf jeden fall moos moos ist schon drauf das ist schon klar sehr gut ey da ist jetzt einfach ein ganzes iron drin dann mach ich mir jetzt scheinblöcke den blöcke gar nicht mehr machen äh einen diamanten für 500 durability mehr noch ein emerald kommt drauf an wie viel was macht der emerald das macht der emerald gibt 50 prozent mehr durability oh nein jetzt bin ich auch so hin auf disconnect gegangen was ist ja voll geil ja gar nicht ja deswegen das habe ich auf meine pickaxe wieso kriege ich das da nicht raus oben ah jetzt gehts bei dem eingangs ah da ist ein bisschen andere scheiß drin wer macht denn sowas äh emerald ist in der mob drop kiste äh zack kann nur einmal verwenden werden ne was der emerald ach ein emerald ja 50 prozent wenn man das mehrmals machen könnte ey da hätt's ja die überhacke oder schwert scher-scher-scher wert nun emerald so 9 blocks of iron hat sich doch schon gelohnt so und jetzt mein manuelin dauert voll lange was kommt da drauf da ist noch iron drin wo hast denn das ganze manuelin ja aus der hölle da sind ja diese zwei erze wie heißen die noch gleich adat und kobalt genau und die habe ich dann gefarmt und jetzt schmelzt sich das gerade alles in das multiv ein bei so viel findet man ja von dem euch leider nicht ja ich war auch ziemlich lange in der hölle unterwegs ja ich war auch ziemlich lange in der hölle unterwegs ja ich war auch ziemlich lange in der hölle unterwegs weil ich endlich mal richtig die davon haben wollte ja ich habe beschissenerweise noch kein äh netherdorf gefunden netherdorf oder netherfest netherdorf netherdorf kenne ich gar nicht was ist das demaratdorf das hier sind oder so nix was abgeschafft koticho prejuding russ chargersbert überstehmer warum Nein Nein Bitter Nein Hau doch ne kuh oder so nicht mich oder ein choco wo was weiß ich will nicht gehauen werden nachher macht er noch mehr schaden als ich leben habe und dann habe ich da will doch keiner hier so viel schaden macht er schon nicht dachte du wolltest ja das übelste op schwert bauen dann muss ich hab gesagt er macht noch nicht so viel ich habe nur noch meinen roten schnippern also du hast 30 leben ich hau dich einmal ich hab mir richtig gegönnt was muss ich dafür alles machen hier die drei dinge nein davon zwei von der mitte zwei ja aber ich muss ja erst mal ein machen genau so und jetzt will ich mir noch ein rapier machen ich hab dann etwas da wie gesagt da ich mir nehmen wo bist du bei mir im schiff ich komme so wo ist es ding longsword nein da lieber ich bin runter jetzt habe ich dem keinen namen gegeben egal kann ich auch mit schmiede links machen dann habe ich den auch schon mal hast du noch moos übrig ja wo bist du ich bin unten hier bei den beacons ach so bei den beacons bist du sag das doch ist das gerade zu stressig da komme ich hoch ja ich habe noch moos dabei sehr gut mal diese schaufel wollte ich mir bauen wenn ich einen schaufel kommt ok was hast du hier für eine maschine gemacht ja das ist das kannst du ja gerade zeigen da du auch am aufnehmen bist letztes hubei nun sehen sie einen huhn ich sehe den schalter ich betätige schalter ich sehe nichts mehr kannst wieder in sein pinguin ein pinguin cool da ich ihn behalten ja klar weißt du den irgendwie zu dir kriegst ich hole mir warte da ja ja wenn ich hier nehmen einfach einen transformation powder und vor das dann auf einen huhn drauf ja cool vielen dank ich hab noch fünf von drei ich möchte ein pinguin haben gar nicht gar nicht gar nicht pass auf ja was ist wenn ich jetzt so einen schaufelkopf haben will dann wollte ich überhaupt einen schaufelkopf ja klar aber so ein ding was für ein ding ich muss ich muss mir erst mal ein blank pattern machen aus holz ne und das dann übergießen mit diesem aluminium brass nee du musst dieses blank pattern machen da muss ich erst ein holzteil draus machen genau man muss das hier in dieses partbilder ding reinstecken mit holz jo ich gehe mir erst mal ein bisschen holz besorgen entschuldigen falls das so laut war das war mein handy ich guck das mal auf eine fläche wo es nicht laut vibriert ich habe es nicht gehört das ist gut nether star man kann pinguine übrigens vermehren echt wie denn das mit äh fisch nice jo blank pattern und ich habe auch ein solch hat das dürfte jetzt hier zwei sein hat noch jemand von euch nether quads jup habe ich da ich mir das von dir nehmen ich guck mal eben wie viel ich noch hab ja ja wir brauchsten maximal 72 kannst du das abgeben ja könnte alles geben ja cool ja cool dankeschön ja hier wie mache ich jetzt den holz schaufelkopf apart bilder ne ja genau du steckst du steckst dieses blank pattern ne was hast du jetzt doch du hast das blank pattern ne ne das blank pattern habe ich schon fertig gemacht zu dem was ich haben will jetzt will ich das holzteil daraus bauen zeig mal was wirf mal raus was du dafür hast das hier ich muss es mal kurz sehen das ding hast du daraus will ich jetzt das holzteil machen dann nix du lass mich nicht lügen also holz in die smelterie packen finde ich ein bisschen bescheuert ne ne ich glaube das packst du da hin und jetzt muss man das mit aluminium brass übergießen Spanier wurde grad dabei hab ich extra schon reingetan äh was bei mir wie kann man zwischen zwei äh sachen auswählen die man in der smelterie hat also du hast jetzt Molten maniolin da drin und Molten Aluminium brass ich mein das was du als letztes angeklickt hast was ganz unten ist wird ausgespuckt aber wie kriegt man was anderes nach unten den du das unter rauskippst ne niemals doch das wär blödsinn das würd doch viel einfacher geben oder also ich mach's probier mal was aus eben ganz nur so ok also ich würd dann einfach empfehlen entweder oh fuck ingots reinzukippen oder so nen behälter für neun ingots damit du dann so nen blöb kriegst weil ja glaub du boah das ist ja richtig grausam egal dann mach ich jetzt eben maniolin blöcke bis das leer ist lalalalalala wie viel kann ich hundertzehn neunzig werden sehen neunundneunzig hundert acht also zwölf blöcke eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun ne hey hast du mal das spaniers kontaktbord gesehen ja das hab ich schon gesehen das hab ich auch beachtet wie stehst du zu den meteoriten teilen zu ach du suchst meteor jam ne ja und äh ich hab grad geschrieben dass weil ich hab gesehen dass du zwei trezorites da da hast ja hören kannst ich hab hier ne uncrafting table daraus kann ich die äh meteorite jam rausbringen weil ich höre nur space katze egal äh ich hab noch unmengen an freezerite kristallen bei mir ja nur die bringen mir nix ok was brauchst du denn ich kann das ich brauch den summoner teil das aussieht wie ein auge ja ich hab einen summoner nur ein ja oder zwei ich glaub zwei äh zwei hab ich bei dir gesehen hm janik bitte nicht erschrecken fick dich ich kann das zeug jetzt nicht auf das holz ding gießen boah da war da auch noch irgendwas ja spanier weißt du das äh jo moment ich komm gleich vorbei oder kannst du mir ja versuchen zu erklären den nächsten schritt zumindest ich hab jetzt aus dem blank holz pattern so ein schaufel head pattern gemacht und daraus würde ich jetzt so ein aluminium brass vorlage machen wie tue ich das wie ging das nochmal du hast holz schaufelteil gemacht oder wie nein ich hab das pattern für das holz schaufelteil er hat die äh vorlage die holz vorlage ok dann müsste doch jetzt eigentlich da aluminium brass reingießen ja und also eigentlich machst du blank pattern so ein holz blank pattern oder so ja hast du schon wo ist das in diese komische table da da du hast du dann so ein design aus das habe ich bis dahin bin ich jetzt gekommen das design habe ich auf den pattern dann kannst du daraus jetzt ein holz teil machen wie dann ach stimmt in den part bildern das habe ich schon versucht das hat aber nicht funktioniert jetzt packt er holz rein du brauchst 8 holz stücke dafür ach so du brauchst 8 davon gut dass ich mit mir sachen durchlese so und jetzt kann ich das wahrscheinlich da reinlegen und jetzt gebe ich das da drüber jawoll genau jetzt bin ich glücklich und zufrieden jetzt kann ich in frieden sterben ok nein warte ich guck mal kurz was fick dich mal fick 3 ab warte 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 du sau und wenn ich mit dem schlage zieh ich dir nein komm werd voll fick dich ey 2 ab also der cleaver ist stärker hurra der cleaver gut dass ich mir dann einen cleaver gemacht habe ah ah Mist los hol das ganze scheiß zeug da raus was ach ich kann ja schon mal maniulin rein stopfen was brauche ich denn für den rapier das ist auch einmal tough tool rod oder tough tool rod das ist scheiße dass der nix anzeigt was er braucht auch kannst du eigentlich gucken in der tool forge in tool forge sehe ich ich sehe hier aber nur die zeichen nicht den namen von denen ja äh ja du brauchst äh moin patterns du brauchst auf jeden fall tough tool rod hab ich diesen komischen händen äh ball blade cast und ich glaub das war ein handguard jo koti hast du nochmal blank pattern nö meh also falls ihr pattern braucht ich hab alle bei mir alle jo oh ich glaub da hat's mich grad aus dem spiel raun jo warum bist du immer am abkacken keine ahnung aber hey die folge ist eh vorbei dann würde ich sagen falls euch diese folgen gefallen hat dann lasst uns eine positive bewertung haben wenn euch das generell gefällt was wir machen auch mal einen daumen nach oben oder ein abo wenn ihr wollt könnt ihr uns auch einen genital abdruck von euch da lassen da sind wir auch immer sehr erfreut drüber immer sehr erfreut ja da koti besonders ja und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge heute rein und tschüss 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 tschüss